Wirklicher Hauptgewinn für uns. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen, aber die kommen nicht zurück, sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sage dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Die Tierpopole 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 Das war's für heute. Das war's für heute.